Hallo miteinander, Anatoly hier. Ich würde mal sehr gerne ein Update geben, was da so alles passiert in den letzten Wochen war. Ihr habt ja alle mitgekriegt, dass wir auch in der Türkei waren mit einer Gruppe mit circa 120 Personen. Das sind Leader aus unterschiedlichen Ländern gewesen und wir haben dort dann im Prinzip unsere Idee dann komplett mitgeteilt und die erste Ausbildung genau durchgeführt worden. Wir sind ja auch 1. Dezember dort gewesen und bis Ende 1. Dezember haben wir unseren Countdown gehabt. Das Ziel war, dass wir am 1. Dezember unsere Webinarplattform schon mal starten können. Das haben wir auch gemacht und jetzt würde ich mal sehr gerne updaten, was das Ganze in sich beinhaltet. So, vom Webinarplattform hier. Schauen Sie, hier haben wir dann Daten und Zeiten, also welche Themen wann kommen. Jetzt seht ihr, dass wir beispielsweise in russischsprachiger Community schon mal zwei Webinare am Tag führen, außer Samstag. Ab dem Mittwoch wird schon aufbereitet, dass wir schon mal in Deutsch auch starten. Im Hintergrund bereiten sich auch spanische Community-Mitglieder, genauso wie aus Japan und ein paar andere Länder. Also das heißt, es wird hier richtig lebendig sein. So, man kann nach vorne und zurück schauen. Das habt ihr schon mal bestimmt mitgekriegt. Hier muss man auch folgendes vorstellen. Wir haben vier Beitrittsmöglichkeiten. Beispiel, ich kann mich einfach anmelden und nicht der Community-Mitglied werden. Also ich habe dann die Möglichkeit, bestimmte Webinare auch mal anzuschauen, weil die sind ja komplett free. So, dass wir auch mit Menschen, die nicht in der Community sind, auch bestimmtes Wissen teilen. Von anderer Seite, es gibt erste Level, zweite Level, dritte und vierte Level, die auch mit unterschiedlichen Informationen befüllt sind. Genauso wie ein Beispiel, wenn jemand dann hier klickt und dieses dann von zweiter Level, dann wird gebeten, bitte einlogen. Einlogen, hier anmelden, sage ich mal. Wenn er sich angemeldet hat und dann Level zwei schon mal hat, dann kann er dann anschauen. Das ist jetzt aktuell, läuft immer noch ohne Rev-Links. Aber das System ist halt so aufgebaut, dass die nur mit Rev-Links laufen sollte. Es gibt noch bestimmte Prozesse, die wir noch absichern und gucken, sodass das wirklich sauber läuft. Und in dem Moment, wo wir dann komplett vorbereitet sind, dann werden wir dann Rev-Links freischalten. So, das heißt, wenn jemand ein Webinar besuchen will, Beispiel so wie hier, heute war ein Webinar. Man geht mal hier rein. Hier haben wir dann Chat. Menschen unterhalten sich miteinander. Und hier läuft dann halt ein Webinar. Genau. Heute war es auf Russisch. Ich habe dann einfach unser Konzept gezeigt, wie wir das sehen vom komplette Produkt und alles, was dazu gehört. Das Ganze wird auch sehr bald auch in Deutsch stattfinden. Hier, Beispiel, haben wir Katalog, Webinare, die schon gelaufen sind. Beispiel hier war auch wiederum in Russisch. Hier war Beispiel die Thematik Digital Marketing. History, wie das Ganze angefangen hat. Welches Spezifisch, also es gibt so bestimmte Dinge, was man auch wissen muss über Digital Marketing, dann es gibt, wie man im Business nutzen kann und so weiter. Also es gibt halt diese Thematik hier. Ist auch kurz beschrieben und hier kann man dann anschauen. Also dieses Content ist schon geschützt und schon mal ein bisschen abgekürzt, sodass man auch als Produkt verpackt. Das heißt, wir können jetzt schon mal Webinare führen. Wir können jetzt schon mal Webinare nachher zeigen. Als nächster Schritt plane ich hier Beispiel, gibt es Menschen, jetzt Beispiel elf Personen, die dieses Video gerade schauen, dass die hier einen Chat haben und sich miteinander über diese Thematik gerade diskutieren und unterhalten können. Und hier unten planen wir, dass hier auch ein Notizbuch kommt, damit man auch Notizen machen kann, was gefallen hat. Oder Beispiel, wenn man nicht zu Ende angeschaut hat, damit man weiß, wo er Stop gemacht hat und so weiter. Also es gibt halt noch paar Dinge, die einfach bequem sein werden. Genau. So. Später dann im Prinzip haben wir mehrere solche Webinare hier. Und dann ist ja so wie Katalog hier. Das heißt, wir können nach Datum selektieren, wir können nach Speaker selektieren, wer so alles spricht. Genau. Und wir können auch unterschiedliche Sprachen, also in welche Sprachen zum Beispiel mich genau interessiert. Genauso wie nach Suchbegriff. Also ich kann dann einfach schreiben, Beispiel Bitcoin und alles, was Bitcoin angeht, wird dann hier gezeigt. So ähnlich wie nach Hashtags. So. Das ist das, was unsere Plattform angeht. Nächster Schritt planen wir die, im Prinzip, was man jetzt sieht, aufgezeichnete Webinare. Als nächster Schritt wollen wir so machen, dass man auch Kurse komplett uploaden kann. Also sprich, es gibt eine Thematik, Beispiel Bitcoin und Bitcoin inhaltet in sich Beispiel fünf Lessons. Und alle fünf kommen dann rein. Also das heißt, dass das nächste Etappe und nächste Etappe, wie wir das Ganze noch über unseren Shop dann verkaufen können, über den Marketplace. Der jetzt dauert halt. Also vom Zeit hier kann ich jetzt nicht genau sagen. Auf jeden Fall, wir sind über drei Monaten, was das angeht. Es wird jetzt im Hintergrund ein aktualisierter Interface für Backoffice aufgebaut. Also das, ich schätze mal, Mitte Januar, Ende Januar wird das fertig, komplett sein und ausgetestet. Dann wird es halt ein bisschen aktualisiert. So. Das ist das, was angeht. Vom Besucheranzahl. Unsere Seite wird immer mehr und immer mehr populär. Ich weiß jetzt genau, dass in Lateinamerika, da sind ein paar Lieder aus Mexiko hier gewesen, die haben komplett verstanden, was wir machen. Und die haben jetzt schon angefangen, Content auf Spanisch vorzubereiten, also bestimmte Leute vorzubereiten. Und also es gibt hier dann sehr sehr stark, dann sehr bald zum Arbeiten. Also im EU-Raum sowieso hochinteressant, bis Asiatisch Raum hier. Und Japan halt natürlich auch sehr stark jetzt in letzter Zeit. Also wir sind jetzt wirklich in mehreren Ländern sehr gut angenommen worden. Also insgesamt unsere Homepage wurde über 107 Länder jetzt besucht. Aktuell auf der Seite jetzt, wie man sieht, 71. Die russische Föderation ist jetzt gerade Vorreiter. Also die machen gerade echt viel, weil russischsprachige Community auch richtig groß gewachsen. Also wie gesagt, allein die Speakeranzahl haben die über 25. Die haben Themen bis drei Monaten schon komplett verplant. Es wird jetzt Schritt für Schritt dann hier angezeigt, wann und welche Themen. Und ja, genau. Also genau das gleiche Prinzip wird dann auch in Deutsch, Englisch und Spanisch und andere Sprachen dann funktionieren. Man sieht ja, man kann ja auch selber noch ein bisschen anschauen. Und ja, also okay, das ist das. Was habe ich noch zu berichten? Ah, genau. Wir haben, wir haben, wir reiten jetzt auch vor, auf mehrere Sprachen, also viel professionell Content. Ich kann jetzt Beispiel schnell zeigen. Also man kann so verstehen, also das sind ja unterschiedliche Blogger, unterschiedliche Leader, die ja was zu berichten haben. Also die haben wir obachtet, was wir gemacht haben. Wir haben erste Ausbildungen gemacht und die geben dann halt Berichte aus. Wir haben vieles gefilmt. Beispiel das, was ihr gehört habt, das war dann in Russisch. Hier Beispiel gibt es bei uns auch Türkisch. Es gibt Deutsch, es gibt Beispiel Englisch, es gibt Mexikanisch. Ja, da wird schon einiges vorbereitet. Es gibt Deutsch natürlich auch. Es gibt halt, ja, sehr viel Content. Man muss sich so vorstellen, wir haben zwei Kameras gehabt, wir haben Regisseurin mitgehabt. Ja, wir haben schon einiges dort schon mal mitgemacht. Da sind Beispiel andere Trainer und Coach, die ja unsere Konzepte kennengelernt haben und wirklich glücklich sind, dass sie da sind. Da sind auch auf kazachischer Sprache. Das wird Bericht zu berichten. Es gibt auch aus, das, was ihr seht, ist nur ein wirklich kleiner, kleiner Teil, was im Hintergrund aufbereitet wird. Lasst euch einfach mal überraschen. Wir werden halt natürlich das erste Content zuerst in Russisch stellen, dann wird halt übersetzt in Deutsch und andere Sprachen. Es ist halt alles mit Zeit verbunden. Also ich muss sagen, wir sind sehr schnell, weil selbst die Teilnehmer von der Community viele Aufgaben selber noch erledigen. Es gibt immer mehr und mehr Menschen, die helfen, die schauen einfach und sagen, okay, hier fehlt was und dann machen gerade das fertig. Und das ist halt wirklich super, was wir hier sehen. Nun ist es immer noch mit der Zeit zu tun. Wichtig ist, dass wir jetzt schon mal Schritt für Schritt unsere Ziele näher und näher kommen. So, als nächstes ist auch zum Wissen. Wir haben in Russischsprachigen Raum, die alle Chats, was wir gegründet haben, haben wir mit der Ziele gegründet, dass wir dann Feedback bekommen, was wir ändern, was wir verbessern und alles, was dazu gehört. Diese Funktion ist jetzt im Prinzip, die hat sich in sich erledigt. Also das brauchen wir nicht mehr. Und wir haben dann Chats komplett gelöscht und wir haben jetzt Channels. Also Channels ist viel, viel bequemer. Also sprich, ihr bekommt nur diese Infos, was wichtig ist. Weil wenn viele Menschen in einem Chat sind, das Problem ist immer, jemand schreibt, ja, guten Morgen. Andere auch, guten Morgen. Und dann kommt, keine Ahnung, 400 Nachrichten in einer halben Stunde und vor einer Stunde wurde halt was Wichtiges mitgeteilt und keiner wird jetzt alles nach oben scrollen. Als Beispiel, ne, dann kommt auch ab und zu mal Menschen, die nicht ehrlich meinen und mit Spam oder sowas. Das ist halt alles, was Zeit von Support nimmt, das wollen wir halt alles sparen. Das ist jetzt abgeschafft, den deutschsprachigen Raum haben wir noch, aber sobald wird auch alles über Channels geregelt. Das heißt, wenn ihr dann Nachricht zieht im Chats, dass wir dann im Channel gehen, dann einfach mal rein und dort, demnächst wird Informationen geben und Chats werden dann gelöscht. So, das ist auch zum Wissen. Als nächstes, am Dienstag werden wir schon mal die erste Planung für deutschsprachigen Raum sehen. Und als nächstes würde ich mal sehr gern einfach, vielleicht bildlich auch zeigen, was jetzt im Endeffekt passiert. Das ist das, was ich auch gesagt habe. Wir haben jetzt unsere Homepage, da wo Content landet, wo unsere Webinare sich stattfinden und alles, was dazu gehört. Und das heißt, das Ganze hat ja im Russischsprachigen Raum angefangen. Das heißt, diese Erfahrung, was die russische Community gesammelt hat, die teilt ja auch mit unserer deutschsprachigen Community. Also sprich, die schauen einfach, was dort passiert, welche Seminare, welche Themen, welche Webinare, wie das Ganze läuft. Und die werden das Ganze auch hier komplett darstellen auf dieser Seite. Über deutsche Community sind wir dann in den englischsprachigen Raum gegangen und da entsteht auch jetzt was. Von anderer Seite sind wir in den spanischen Raum dann gegangen. Hier entsteht auch was. Das sind halt im Prinzip immer gleich. Zuerst kommt zum Beispiel im Land eine Person, der sagt, das ist etwas Interessantes, hat mir gefallen. Dann hat er noch zwei, dann hat er noch ein paar und irgendwann mal gibt es ein Leader, der sagt, okay, aber für den spanischen Raum brauchen wir zum Beispiel Webinare, Präsentationen. Wir müssen halt verstehen, wie der Markenplan aufgebaut ist. Das sind praktisch dann geschlossene Webinare. Wir brauchen dann auch bestimmte Thematiken, was Kryptowährungen angeht, wie man kauft, was ist Bitcoin, was ist Blockchain, wie man sich schützt, was für Bullets gibt es und so weiter. Und die organisieren das Ganze im spanischen Raum. Dann kommt es halt natürlich portugiesisch, spanisch, mexikanisch und so weiter und so weiter und so weiter. Und so wird diese Community, also zum Beispiel, wenn wir jetzt in 100 Ländern besucht sind, dann wird Schritt für Schritt eins nach dem anderen halt aufgebaut. Ja, so dass man auch versteht, dass das ein Prozess, wo sich halt jetzt aktuell stattfindet. Also im Prinzip, hier haben wir sehr gut, hier hat es schon angefangen, also wirklich entsteht was. Ja, hier fängt es an und ab hier wird es halt schon groß weiter verbreitet, weil im spanischen Sprachraum ist es riesengroß. In Japan ist auch jetzt schon mal bestimmte Aktivitäten angefangen. Das sind auch gute Menschen gewesen, also man kann es auch hier sehen, ganz kurz. Ich glaube hier in Japan ist, schauen Sie. Ja, diese Dame ist also richtig erfahren, die ist eine absolute Liederin, die, ja, die ist akzeptiert auch von ein riesengroßer, ja, Anzahl von Menschen, also auch im japanischen Sprachraum. So, okay, und als nächstes würde ich mal auch mal sehr gern, sehr gern unsere Highlights zeigen, was wir auch am 1. Dezember gezeigt haben. Es geht um, es geht um ein App und das würde ich mal sehr gern zeigen, direkt am App. So, jetzt kurz über das App. Ja, also in modernen Welt, egal wer was denkt, Zukunft liegt einfach an App-Technologien, ja. Also im Prinzip, mehr und mehr junge Menschen nutzen nur Apps, also die haben auch teilweise keine PCs. Und halt unsere natürlich wichtige Aufgabe, dass wir an Menschen auch diese Bequemlichkeit auch bieten. Und so haben wir dann mit unserer App, ich zeige es jetzt einfach mal, ja, dass ihr dann seht, was auf uns jetzt zukommt. Ich habe jetzt aktuell Kirillisch, aber ihr könnt hier oben ein Beispiel sehen, das Wallet, ja. Also wie viele Personen habt ihr, wo seid ihr dann positioniert, dann könnt ihr auch gleich sehen. Ihr könnt dann eure Wallet sehen, was in sich hat. Ihr könnt dann auch ihre binäre Baum sehen. Ihr könnt dann auch, ah, ne, diese Seite kommt noch, ihr könnt dann auch die komplette Beispiel Matrix mal anschauen. Also ihr könnt komplett übers Handy dann arbeiten. Das ist halt einfach bequem, ja. So, das hier, äh, dann könnt ihr hier, äh, Beispiel Delta sehen. Das Delta sieht ja ähnlich wie Matrix aus, äh, es ist halt nicht, äh, noch nichts gefüllt hier bei mir. Auf dieses, äh, Testversion. Hier könnt ihr sehen, äh, die neue Registrierungen. Äh, hier habt ihr dann, äh, Beispiel auch ihre, eure dann, äh, klassische Baum, wie es sich dann, äh, entwickelt und so weiter. Und, ja, ihr könnt dann Transaktionen sehen, äh, ihr könnt dann im Prinzip jetzt am Anfang dieses, äh, Basic-Version, äh, so nutzen wie, äh, den Bake-Office, ja. Ziel ist, äh, dieses App, man muss sich so vorstellen, der ist so aufgebaut, äh, auf die modernste Technik. Wir haben einen der, ja, einen der besten, kann man sagen, Entwickler aus russischsprachiger Raum, der sich jetzt nur für unsere App beschäftigt, äh, mit, äh, mit, äh, mit dem kleinen Technik. Was er mitgebracht hat, ähm, ja, das ist, ähm, wir, wir sehen halt folgendes, äh, in Zukunft, äh, wird, äh, ausgebildet am Handy. Also, Beispiel, ich habe irgendwo Pause oder ich fahre im Metro, Metro, Taxi, egal wo, im Flugzeug. Ich kann hier direkt in meiner App, äh, Webinare mal anschauen, Kurser anschauen und, äh, das Content, was wir für Community, äh, liefern und besorgen. Es muss alles hier über eine App laufen und, äh, hier ist das erste Schritt, äh, erste Version kommt, äh, für iOS, äh, wir werden, äh, 10.000 Teilnehmer Möglichkeit geben, das auszutesten, Monat 2, äh, parallel bauen wir Android App, äh, und dann wird es halt zum, äh, Beginn, wo wir dann gestartet haben, als, äh, nach dem Eröffnungsfeier, äh, wird dann komplett in App Store, in Google Play auch, äh, 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 mit einer, äh, abgefertigten, äh, Version, also, das ist komplett fertige, äh, Version. Äh, wir haben noch paar, äh, gute Apps, äh, die wir im Hintergrund aufbauen, wir werden eins, äh, nach dem anderen zeigen, äh, ja, das ist jetzt kurz für meine Update, auch kurze Entschuldigung, äh, dass ich nicht gleich, äh, mich gemeldet habe, ich war wirklich einfach, äh, viel zu unterwegs, äh, und, äh, ja, im deutschsprachigen Raum habe ich keine so richtigen Updates gemacht. Jetzt aber habt ihr das komplette Update, äh, wir arbeiten dran, äh, bin morgen, äh, morgen bin in Moskau, Beispiel, dann treffe ich mich, äh, mit unserem Blockchain-Team, äh, die an Blockchain arbeiten, äh, für unser DAO-Konzept, äh, dann mit unseren Juristen sind wir dann auch, äh, 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 zwei, dreimal am Treffen, äh, unterschiedliche, äh, ja. Untertitelung des ZDF für funk, 2017